Es ist ja egal, Maus aus dem Bild, so. Ja, machen wir ordentlich. Ja, herzlich willkommen zurück zu The Binding of Isaac, Wrath of the Lamb. Und ich hab hier so eine Person, die sitzt neben mir, die kichert jetzt die ganze Zeit. Hallo. Und das ist meine Freundin. Sag Hallo Freundin. Hallo Freundin. Ähm, ja, wir machen das jetzt so, dass ich schießen werde. Nein, ich. Genau. Ich werde den Isaac bewegen oder den Charakter und sie wird schießen. Ja. Ja, weil wir wollen ja nicht beide irgendwo unbeteiligt rumsitzen. Wen sollen wir nehmen? Ähm, 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 Isaac. Isaac? Ja. Isaac, Freunde. Oh, Hallo E-Mail-Programm. Verdammt. Machen wir mal aus. Du bist immer so professionell. Ja, ich bin so... Ich bewundere dich. Ja, ich weiß. Ähm, gut, Isaac, dann geht's los. Das wird jetzt lustig. Ja, das wird sehr lustig. Gehen wir links, ne? War super. Fängt schon gut an. So lange keine Gegner kommen, klappt alles. Ja. Sollen wir mal da reingehen? Wir haben ja ein Herz drin liegen. Ja, mach. Geh durch. Oh, nehmen wir mit, oder? Ja. Klar, wir haben ja nichts. Guck mal, da ist direkt ein Geheimraum. Los. Los, lauf! Ah! Oh Gott. Nicht schießen dürfen, ist extrem komisch. Nur schießen zu dürfen, ist extrem komisch. Jetzt haben wir uns schon fast tot gemacht hier. Du hättest doch einfach ausspringen können. Ach was. Ah, das ist für ein Obst. Bommensparen, Bommensparen. Oh. Was macht das? Die Röntgenbrille, damit hätten wir uns aus dem Geheimraum... Oh, hätten wir die mal vorher geholt. Siehste mal. Ja. Wieder alles falsch gemacht. Weißt du, wie immer. Nur Mist baut der Mann. Oh, 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 oh. Äh, 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 äh. Guck mal, jetzt können wir sogar den nächsten Geheimraum noch finden. Wunderbar. Also die Röntgenbrille ist super. Die laufen weg. Ach, ich dachte, das wäre der Sprenger. Aber das ist der Sprenger da, ne? Keine Ahnung. Ich kann die nicht unterscheiden. Ich lasse mich immer überraschen. Der lässt auch fliegen raus, glaube ich. Aha. Oh, so eine dicke. So. So eine Opa-Fliege. Opa-Fliege, genau. Ja, super. Ja, zieh. Ja. Ha, zieh. Sie kaputt. Ach, mach doch erstmal die Gefährlichkeit. Ah. Ich weiß nicht, wo ich entschieden soll. Da, wo wir einen Gegner treffen am besten. Wie? Wie jetzt? Wie in dem Spiel muss man einen Gegner töten? Wo sind wir jetzt? Ich habe gedacht, ich schieße einfach so. Machen wir mal frei, ne? Tja, aber erst so Bomben sparen und dann... Ja, könnten ja noch neue drin sein. Siehste? So. Ach, verdammt. So, der Boss. Ach gut. Oh, nice. Den kann man gerade noch so schaffen. Oh, er ist orange. Das ist natürlich nicht so toll. Schön laufen. Ja, ich laufe. Ich gebe mir Mühe. Das sagst du immer und dann... Ja. Danke. Ja, ja. Und wie ist der gerade? Irgendwie macht der gerade nur Bullshit. Ich bin ein bisschen verwirrt. Ja, weil zwei jetzt gegen ihn spielen. Das ist ja auch unfair eigentlich. Du hast gerade leicht, ne? Schön nach rechts drücken. Ja. So habe ich mir das auch vorgestellt. Deshalb wollte ich auch schießen. Nephi macht das schon, weißt du? Ja. Ach, da ist noch eine. Oh, miet. Hier ist HP ab. Und natürlich noch Damage abkriegen wir durch das Ding auch. Echt? Ja. Müsste eigentlich Damage ab noch geben. Ja. Nein. Nein. Ich mache das lieber mit der Maus. Ich habe Angst. So. Und runter. Hoi. Blümchen? No. Macht sie bei mir auch immer. Ja, immer. Ja. Lacht mich immer. Was ist hier los? So. Hä? Links ist noch ein Geheimraum. Oh. So. Ja, was ist hier los? Ja, Herzchen. Ja, Herzchen. Wegen Liebe. Weißt du doch. Liebe, Liebe. Dann kann das eine Herz, das Itemherz kommen. Gerne so. HP ab und so. Oh, oh, die End. Oh ja. Oh ja. Nein, 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 nein. Wie oft ist der Kopf denn bitte aktiv? Ist der Kopf? Ist der nach jedem, ach, der ist nach jedem Raum wieder voll. Ist der eigentlich voll das Lame Item? Jetzt ein! Oh, nein, nein. Oh, nein, nein. Oh, nein, 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 nein. Mach jetzt! Na klar! Ist doch voll toll! Flüpp! Ich liebe diese Fliegen. Das sind meine allerbesten Freunde. Oh! Brother Bobby! Wird mal besser. Das wird super. Das wird ganz toll. Ja! Wahrscheinlich komme ich mit ihr zusammen besser durch als sonst was. Ja natürlich. Oh Gott. Die verbrennen sich alle selbst. Selbstmord. Das ist richtig Bomber. Ja, das ist ein Bomber. So richtig. Oh ja. Hm. Oh wei. Immer schön die Katze einsetzen. Immer schön die Katze einsetzen. Super. Katze einsetzen. Jetzt schon? Ja klar. Ist doch egal. Nächsten Raum erst. Hier. Bleiben doch da. Ist doch egal. Wieso? Voll logisch. Ja. Wie immer. Dankeschön. Ne, ist immer herz auffallen. Ausrasten. Eine Münze bräuchten wir, können wir in den Shop. Aber wir gehen nicht in den Shop, oder? Nee. Oder? Nee, wir haben nur einen Schlüssel. Nee. Stimmt, in der nächsten Etage holen wir uns sonst rum. Ja, genau. Oh nein. Jetzt darf ich ganz viel laufen. Ja. Verdammt. Du schieß richtig, bitte. Das blaue Stein. Was machst du denn? Was machst du denn? Ich wollte den blauen Stein wegsprengen. Hättest du hier doch warten können. Aber ich wollte ihn jetzt wegsprengen. Und guck mal, was ich einen Schaden gemacht habe mit der Wunde. Das ist doch so ungeduldig. Ja. Wage, 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 wage. Du sei ganz easy. Monstrous 2. Yay! Also, ich hab keine Ahnung, was das bedeutet. Happy! Wollen wir nicht mal ein Damage abbekommen, bitte? Ja, bitte. Yay! So, Tanrau! Nein! Nein! Den hatte ich in dem Let's Play noch nicht. Kommt ganz gut. Frampus! Jetzt hab ich mich erschrocken, weil du so geschrien hast. Entschuldigung. Es kam so plötzlich, dieser Schrei. Passt so randomly. Papa, guck mal. Ah, diese Insider. Ja, wir haben einmal Fernsehen geguckt, wisst ihr? Einmal! Und dann passiert sowas. Du machst doch nur Murkern. Ja, ich weiß. Kann Krampus nicht, merkt man das ein bisschen? Ein bisschen. Ja, danke. Och, ey, ich hasse ihn. Was gibt der denn nochmal am Ende? Äh, gibt der nicht Christmas Present? Ist das nicht Damage Up sogar? War das nicht Christmas? Heißt das immer noch Christmas Present? Das hieß es doch die ganze Zeit, weil das einmal zu einem Weihnachtsspecial kam oder so. Och ey, der macht das viel zu schnell. Ja, mach doch das Geräusch vorher, dann musst du wegrennen. Ja. Nur bewegen ist immer... Deshalb wollte ich schießen. Ich arbeite nur mit halber Gehirnleistung, weil ich gerade nur laufen darf. Was? Der ist nur ein halbes Gehirn hier. Dankeschön. Genau, Lamp of Coal. Ach so. Was war das? Ah! My Christmas Present. Gibt das Damage? Nee. Ach verdammt. Ich weiß nicht mehr, was das gemacht hat. Ich weiß auch nicht mehr. Irgendwas hat's gemacht. Bisschen schwarz. Ja. Alle haben sich immer beschwert, dass das irgendwie nichts macht, aber irgendwas hat's doch gemacht. Ich weiß nicht. Schwarze Tränen macht's. Aber sonst... Kann, glaube ich, auch Gegner verlangsamen oder so. Weiß ich nicht. Irgendwas... Hallo. Schreibt's doch in die Kommentare. Ja, schreibt's in die Kommentare. Nein, den möchten wir nicht haben. Nee, den machen wir nicht. Guck mal, wir sind schon wieder im Geheimraum. Der Geheimraum ist wirklich im anderen Geheimraum. Oder sag ich nicht. Weil der Geheimraum voll geheim ist. Ja, der Geheimraum hinter dem Geheimraum ist dann nämlich der Geheimraum. Und der Geheimraum, der ist dann der... Der ist dann geheim. Ja. Uh. Oh, es hätten... Ja, ist egal. Wir sind im Bar, wir können das. Ja, ja. Guck mal, wir machen aber mehr Schaden jetzt. Ach so. Ja, die ging vollständig kaputt jetzt. Dann bruchte er länger. Keine Ahnung. Oh nein. Oh, das ist die Dinger. Tammy? Äh, Guppy? Ich verwechsel die beiden immer. Einfach die Katzen verwechseln. Oh, wow! Das war viel Geld. Das war viel Geld. Das war viel Geld. Wir hatten mal mehr, ne? Verdammt. Locker sechs Münzen verloren. Echt? Echt? Das war dumm von mir. Ich hab gar nicht drüber nachgedacht gerade. Ich auch nicht. Ich hab einfach geschossen. Schieß mal runter. Genau. Schieß runter. Dank. Aha. So zu zweit ist das schon... Äh, äh, äh. Äh, geht dort. Da kommt der Panikmoment und dann drückt man das Falsche. Oh nö. Mach kaputt. Oh, kaputt nicht. Schub der Whoop. Ist doof. Kann man ja eigentlich nur einmal hoch aufheben, damit ich es mal gehabt hab. Ja. So. Schub der Whoop, mach das hier. Mach mal in Richtung. Äh, äh. Ach ne, ich soll mich ja bewegen. Ne, schießen machst musst du trotzdem, ne? Ja. Ja. Egal. Ach egal. Verwirrt. Weiß ich nicht mehr. Empfarrungsraum. Ja, wir haben... Wir haben halt Herzen. Wenn wir mal genug Herzen haben. Irgendwo. Dann vielleicht. Unwahrscheinlich, aber... Wir wollen ja optimistisch sein. Ja, optimistisch. Wir kriegen eh keine Herzen. Oh fuck. Äh. 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 Oh nein. Ah. Ich bin... Ah. Ich bin alle weg. Ah. Äh. Äh. Oh, da gefliegen. Guck mal, wir machen die Dinger mit einem Schuss kaputt, kann das? Ne. 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 Hallöchen. Könnte man sogar kriegen. Ach, wir haben keine Schlüssel. Und das wird niemals... Ach doch, das geht. Das geht. Ja. Muss ich kaputt. Ich will spinnen. Ich will spinnen. Spinnen. Spinnen-Spawner. 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 Ich möchte die haben. Ja, dann hol sie dir. Ich möchte sie haben. Hahaha. Hat sich gelohnt. Hat sich gelohnt. Die Bombe, die ich eingesetzt hab und den Schlüssel hab ich wieder bekommen. Also nicht. Oh man. Danke. Ich will. Ich will.